So, hallo meine Lieben, willkommen zum Teil 2 meiner Serie gegen die Hängebäckchen. Im Teil 1, wer den nicht gesehen hat, der findet ihn hier auf YouTube. Ihr habt hier vier Übungen gelernt, die den Kieferbereich, die Kieferlinie wieder schön definieren und strachen. Und heute zeige ich euch drei ganz einfache Übungen, für die ihr einen Stift braucht, die ihr ganz leicht zwischendurch machen könnt. Und es ist wichtig, dass man immer wieder etwas zwischendurch macht, weil das ist das, was sich am stärksten auswirkt. Das, was wir in unserem Alltag machen, das formt uns zu dem, was wir sind. Also hebt euch Gesichts-Yoga nicht fürs Wochenende auf, sondern Gesichts-Yoga gehört Montag bis Freitag gemacht. Gut, dann schnappt euch euren Stift und los geht's mit der ersten Übung. Legt den Stift auf die, also oberhalb der Oberlippe und haltet ihn eine Weile. Die Zeit merkt ihr, wie anstrengend das ist, weil ihr nämlich unbewusst die ganze Zeit den Unterkiefer nach vorne schiebt. Den Unterkiefer könnt ihr natürlich auch ohne Stift nach vorne schieben und zwischendurch einmal vielleicht diese Übung machen. Das ist eine, die sieht nicht schön aus, aber sie wirkt sich auch aufs Dekolleté auf. Das spürt ihr bestimmt, wenn ihr das richtig macht, wie sich das Dekolleté hebt. Aber grundsätzlich gehört diese Übung so gemacht. Und eine Weile gehalten, ich schlage immer 30 Sekunden vor. Später könnt ihr euch auf 40, 45 steigern. Ab 50 Sekunden, da ist man schon ein bisschen in der Profi-Liga. Vergesst nicht euren Kieferbereich immer wieder auszuklopfen und auszumassieren. Im ersten Teil habe ich euch erzählt, dass man in diesem Bereich gerne ganz viel Anspannung und Stress speichert und es deswegen wichtig ist, zwischendurch mal Entspannungsübungen für den Kieferbereich zu machen, wie zum Beispiel nämlich den unteren Kieferbereich vollkommen locker zu lassen und einfach locker hin und her schwingen zu lassen. Oder wie ein Pferd zu schnauben und wiederum ein bisschen Vibration und Entspannung in diesen Bereich zu bringen. Nur ein entspanntes Gesicht ist ein schönes Gesicht und wir brauchen kein Botox, um unser Gesicht zu entspannen. Bei der zweiten Übung nehmt ihr den Stift in den Mund und macht diese Bewegung. Der Stift wird immer wieder angehoben. Bei der dritten Übung nehmt ihr den Stift zwischen die Lippen und rollt ihn hin und her. Das regelmäßige Üben der Gesichtsmuskulatur sorgt dafür, dass dein Gesicht bis ins hohe Alter hinein schöne Konturen behalten kann. Diese Übungen sowie unzählige weitere findest du in meinem Buch Gishtart Botox. In Gishtart Botox geht es nicht nur um Gesichtsyogas, sondern auch um einige fernöstliche Massagen, die dem Gesicht helfen, das Gewebe wieder mit mehr Kollagen und Elastin zu versorgen und zu entgiften. Es gibt zu dieser Serie noch einen Teil 3 gegen Hängebäckchen, wo ich dir so eine Massage zeigen werde. Und zwar, wie man speziell in diesem Bereich schafft. Du kannst all das, was du in meinen drei Videos lernst, so anwenden, wie ich das hier zeige. Am sinnvollsten natürlich ist das Ganze eingebunden in ein Programm fürs ganze Gesicht. Wenn dich das interessiert, freue ich mich, wenn du auf meine Homepage schaust www.g-stadt-botox.com Du kannst dich gerne für meine Newsletter anmelden, du kannst dir meine anderen Videos anschauen oder du kannst all das, was ich in meinem Buch schreibe, in einem Online-Kurs lernen und eben mit diesen drei Videos ergänzen. Man kann viel mehr tun, als man immer glaubt und wir sehen uns beim dritten Teil, beim Schaben gegen die Hängebäckchen. Bis bald!